Guten Tag liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite und danke an dieser Stelle für all ihre Zuschriften und ich will auch schon mal gleich eine rausgreifen von Anja B. Es schreiben besorgte Eltern, denn sie konfrontieren mich mit der Frage, unsere Kinder, sie sind beide 17 und sie drängen nach Tattoos. Wie schätzen Sie als biologische Ärztin das ein oder welchen Risiko oder welchem Risiko sind die Kinder ausgeliefert? Man muss vielleicht den Blick jetzt auf die Tattoos richten und sich vielleicht auch mal ein bisschen hinter die Problematik oder in die Problematik versetzen, wenn man auf der anderen Seite steht, so wie ich, die ich ein Klientel betreue, dass auch immer wieder ich beobachte, dass gerade junge Menschen heute schon eine ganz hohe Anzahl mit Tattoos versorgt sind. Wir haben 2018 eine Studie gehabt, da war es jeder Achte. Also ich möge zu behaupten, dass das in eine viel höhere Zahl gestiegen ist und es tut richtig gut, Menschen zu beobachten, die nicht tätowiert sind. Das ist schon fast nicht mehr die Normalität. Der ästhetische Blick hat sich verändert. Es ist heute ein gesellschaftliches Ereignis, was voll etabliert ist und dennoch aber betrifft es ja hauptsächlich junge Menschen. Früher war es so, dass im Osten Deutschlands Tätowierungen verboten waren. Es war eine bewusste Handlungsweise, wo sich der, der tätowiert hat, aber auch der, der sich tätowieren ließ, sich verantworten musste und diesbezüglich natürlich auch verurteilt wurde. Das ist eine dann politische Entscheidung und wir sind heute an diesem Thema völlig außen vor und ganz im Gegenteil. Es wird eigentlich völlig heruntergespielt, welche Gefahren es als Langzeitgefahren in sich birgt. Aber warum eigentlich die große, sag ich mal, Kampagnewelle oder überhaupt die ganze positive Darstellung für die Jugendlichen. Jugendliche befinden sich eigentlich im Rahmen ihrer Entwicklung gerade in der Zeit der Jugend in einer oft sehr starken Krise, sich selbst zu verstehen. Eine Identitätskrise, die sie haben, aber vielleicht auch eine Krise, in die sie im Leben geraten, indem sie erstmal ihren eigenen Platz finden müssen. Und die Haut ist natürlich eine wunderbare Projektionsfläche, der Welt nach außen zu zeigen, wer ich bin, der Welt nach außen zu zeigen, welche Meinung habe ich zu diesem Leben, welche Einstellung habe ich zur Sexualität, auch vielleicht zu meinem aktuellen Lebenspartner, welche Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen kann ich damit nach außen auch argumentieren oder einfach nur meine aktuelle Stimmungslage. Als Jugendlicher sieht man nicht weitsichtig. Man weiß, dass man diese große Liebe, die sich jetzt als große Liebe darstellt, vielleicht zerrinnt sie, weil man gar nicht weiß, dass da noch etwas Größeres wartet, weil man selber im Leben noch gar nicht fertig ist, weil man vielleicht in der Reife seines Lebens erst auch für den anderen Menschen bereit ist. Diese Identitätsfindung und diese Identitätskrisen sind ein ganz großer Teil und Menschen haben hier mit der Tätowierung natürlich auch irgendwo einen Weg gefunden, etwas zu bewältigen. Ich möchte nicht, dass Sie denken, ich denke jetzt schwarz-weiß, es wird im Idealfall oder im Einzelfall hat jeder natürlich auch seine andere Motivation, auch dazugehören zu wollen, sich von anderen abzuheben. Aber Fakt ist eins, Menschen, die sich tätowieren, sind nicht immer die glücklichsten, sondern ich erlebe eine zunehmende Frustration, es doch nicht hätte tun zu sollen. Und man kann diese Wege nicht rückwirkend machen und man muss auch, glaube ich, jungen Menschen bewusst machen, dass man in der Jugend nicht etwas tut, wo man meint, dass es ein Prozess ist, der einen auf das ganze Leben begleitet. Denn als Persönlichkeit entwickelt man sich. Als Persönlichkeit vollendet man sich. Aus diesen Kinder- und jugendlichen Schuhen ist man irgendwann raus. Aber das, das bleibt. Und das ist das, was man oft gar nicht mehr sein will. Das ist das, was man in dem Moment vielleicht gar nicht mehr als so stark überbewertet, wenn man es aus einer gewissen Distanz betrachtet. Und es gibt viele, wirklich sehr, sehr viele auch Studien, die heute schon vorliegen. Und wir sehen, dass es gibt ja im Prinzip gibt es ja zwei große Gefahren. Das eine ist die Gefahr der Hygiene. Ja, also Tattoos sich in den asiatischen Ländern stechen zu lassen, sind natürlich sehr billig. Aber sie haben überhaupt nicht den Hygienestandard. Und das andere, das sind natürlich die Farben. Und wenn man da tiefer hinein steigt, dann muss man schon sich mit diesen Dingen auch beschäftigen, um natürlich mit einer gewissen Respekt und in einem Wissen um die Dinge es vielleicht erst einmal für sich überdenkt, ob man das für sich zulassen möchte. Es gibt eine amerikanische Kollegin, die Frau Dr. Maria Lege. Und die hat vor vielen Jahren schon beobachtet in New York. Und sie hat dann an dem Medical Center mitten in New York City eine sehr interessante Studie gemacht, wo sie beobachtet hat, dass die Menschen, die sich tätowieren lassen, natürlich schon einmal lokale Probleme bekommen. Und diese lokalen Probleme, die gehen natürlich auch als Kurzzeitfolge nach einer Tätowierung von sogenannten Ausschlägen, die sich darauf setzen von Schwellungen, Entzündungen, Rötungen und auch Juckreiz. Aber auch als latent chronische lokale Irritationen, weil die Farbstoffe gehen mit UV-Licht ständig in Kontakt. Und damit können natürlich auch Lösungsprozesse sich aktivieren. Und immer wieder ist diese Stelle dann auch Ort eines Immunsystems, das sich ständig attackiert fühlt, hier einen Prozess im Zaum zu halten. Das sind dann chronische Infektionen, das kann mit Narbenbildung einhergehen, das kann mit Schwellungen einhergehen, das kann auch mit Granulomen einhergehen, das sind so kleine Wülze, das kann mit Allergien einhergehen. Also es gibt in denen doch dann aus dem lokalen Zustand auch, kann es eine lokale Entwicklung von Prozessen geben. Die können wir jetzt nicht in irgendeiner Form schöner reden, das ist so. Was aber viel, viel dramatischer ist und über etwas Lokales kann man vielleicht noch hinwegsehen, das sind die Langzeitfolgen. Und hier bewegen wir uns bitte alle in einem großen Feldversuch. Mich erinnert das alles an die gleiche Thematik, wie wir sie auch beim Impfen sehen. Wir haben 20 Jahre benötigt, dass in Deutschland das Theomersal aus den Kinderimpfungen rauskommt. Und Theomersal ist Quecksilber. Es ist eine unglaubliche Menge an Quecksilber in den Impfungen gewesen, die mich ja schon damals als junge Ärztin sehr erschrocken gemacht haben und wo ich beobachtet habe, dass das Kind nach der Impfung, die ich gegeben hatte, im Kindergarten nicht mehr sprechen möchte. Sie möchte gar nicht mehr mit den Kindern spielen. Sie möchte sich einfach nur in die Ecke setzen. Und ich will einfach nur Ihnen deutlich machen, dass wir heute die ganze Form dessen, was wir in Impfungen von all dem Guten vielleicht, wie es gedacht war, aber den Cocktail an Toxizität und gerade Aluminium ist ein Impfverstärker, heute absolut als normal und gegeben hinnehmen. Deshalb ist es hier, die wirklichen Tatsachen auf den Tisch zu legen, gar nicht so einfach, dass man heute sagt, anorganische Tattoos sind nicht gut, organische wären besser und sie überhaupt nicht hinterfragt. Und heute auch aufgrund der Hygienebestimmungen, die sicher in Deutschland, den europäischen Ländern weitaus zielgradiger und vielleicht auch hochwertiger einzuschätzen sind, als in den asiatischen Ländern, haben wir es heute manchmal schon drei bis fünf Jahre später mit dem Anstieg von Hepatitis C zu tun. Und wir sehen perspektivisch einer Hepatitis C-Welle da auch entgegen, weil wir heute diesen Zusammenhang einfach schon festgestellt und registriert haben, die Häufung dieses Erkrankungsbildes im Bereich von Menschen, die durch die Fehlhygienemaßnahmen oder unsachgemäßen Maßnahmen beim Nadeln dann natürlich auch mit übertragen werden. Das andere ist, dass diese Farbstoffe natürlich und das ist jetzt zum Beispiel Kupfer, das ist Titan, das ist Eisen, das ist Chrom, das ist Nickel, das ist auch Quecksilber, das ist Cadmium. Wir haben es aber heute schon allein mit einer hohen Cadmium-Intoxikation durch die ganzen hohen Aufkommen von Flugverkehr, von dem Auto auf der Straße zu tun. Das ist Kobalt und das ist Chrom, habe ich schon gesagt. Das heißt, es sind 13 hochtoxische Tattoo-Farben, die auch in einer Erklärung der Bundesregierung und auch in der Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung durch den Nachweis von Nanopartikeln und der Toxizität dieser Farbstoffe definitiv festgehalten sind. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch hier, es gibt eine Tätowierungsordnung in Deutschland, es gibt auch eine Verordnung über die Gegenstände, die als Kosmetiker und auch in den Tätowierungsfarben enthalten sind. Es gibt eine große Negativitätsliste, aber es gibt keine ehrliche und offene Kommunikation. Und es gibt auf keinen Fall eine Aufklärung vorher und eine Risikobewertung, die jedem Einzelnen bewusst ist. Man hat in der Öko-Zeitschrift 2012 und 2013, das ist jetzt auch schon wieder alles ein paar Jahre her, aber man hat dann 20 Tattoo-Farben analysiert und diese Untersuchungen gehen natürlich bis heute. Und man hat festgestellt, dass es hier überhaupt nicht nur um Farbstoffe geht. Es geht auch nicht um solche toxischen Belastungen wie Metalle. Es geht auch um polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, um aromatisierte Amine. Es gibt Formaldehyd. Es geht um Formaldehyd-Abspaltprodukte. Es geht um Nitrosamin. Und das ist schon eine Geschichte, die alles andere als gesundheitsfördernd ist. Und die bleibt. Das ist das große Problem. Die bleibt. Und bei meinem höchsten Anspruch in meinem Leben, aus einer Phase herauszukommen, morgen dem Leben mit größerer Bewusstsein, mit Achtsamkeit, mit sehr viel Besonnenheit gegenüber zu treten, weil ich das Leben lerne zu schätzen, weil ich Gesundheit lerne zu schätzen, das kann ich nur sehr schwer wieder rückgängig machen. Das ist das. Das andere ist, was wir einfach beobachten, das natürlich oder nicht beobachten. Unsinn. Na doch beobachten, dass gerade die Schwarz, aber auch Rot und Blau, das heißt Farbstoffe wirklich in die Lymphbahnen penetrieren und in die Lymphbahnen und verantwortlich sind hier auch für ein Tumorgeschehen. Also das, was in unsere Lymphknoten penetriert, verhindert, dass wir dort in diesen Lymphstationen unsere Antikörperbereitstellung vernichten, dass wir das Lymphsystem, was verantwortlich ist für die Entgiftung und für die Ausleitung, dass wir diese lymphatische Regulation blockieren. Und in unserem Körper sind einfach diese Prozesse miteinander feinst aufeinander abgestimmt. Und wir haben vielleicht heute zu der Entwicklung von morgen noch lange nicht die Tiefe, das zu verstehen. Und es wird die Zeit zeigen, wer kann dieser Belastung wie weit auch standhalten. Aber ich hatte vor, ich glaube, es ist wirklich zwei, drei Jahre her, ein Bild bekommen von einer jungen Frau, die eine wirklich schwere Erkrankung hatte. Und sie war, ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen über dieses Ereignis. Es hat mich auch sehr, sehr tief belastet. Und diese junge Frau ist Model in Norwegen gewesen und hat, saß mit Mitte 20 im Rollstuhl. Und ich sah das Foto, was sie mir geschickt hat von hinten. Und sie hatte hinten am Nacken ein Tattoo. Und ich bat sie, mir eine Aufnahme zu schicken, fast unbekleidet, nur mit BH und Slip. Diese Frau war von Kopf bis Fuß tätowiert. Und mir ist damals nur so sehr bewusst geworden, wie schnell das gehen kann. Die Dosis macht das Gift, sagt Paracelsus. Und wie hilflos vielleicht wir dem gegenüberstehen, ärztlich auch medizinisch. Denn wie soll ein großer Entgiftungsprozess, wie soll er funktionieren, wie soll er sich gestalten? Ich kann doch da nicht in zwei oder drei Wochen irgendwas nur annähernd glauben, dass ich was erreichen kann. Das braucht doch Wochen, das braucht doch Monate, das braucht doch Jahre. Und was ist im Körper dann anders, wenn ich die Haut durchtätowiert habe? Das war für mich ein ganz tiefes, berührendes und trauriges Ereignis. Daneben ihr kleiner Sohn mit drei, vier Jahren in einem kleinen, so ein Tretauto. Und beide hielten sich die Hände. Das Bild war damals vom, also ich habe nur den Rücken gesehen. Aber das war für mich ganz bewegend. Und deshalb möge der Appell an alle, die über solche Dinge sich bewusst Gedanken machen, auch noch mal einer sein, wo man vielleicht noch mal zwei, drei Tage oder auch noch mal sich mit Menschen konfrontiert und sich mit der Thematik beschäftigt. Die Rapics-Liste im Internet ist eine Liste, die natürlich alle schädlichen, auch Toxine beinhaltet, die wir auf der Welt vorfinden. Und da sind ungefähr 200 Meldungen, die über die Schädlichkeit von Tattoo-Farben sprechen und auch diese Dinge identifizieren. Ob das anorganisch oder organisch ist, das heißt, gerade diese Kohlenstoffverbindungen sind hochtoxisch. Das sind Azu-Farbstoffe, die sind in Lacken, die sind in Textilien, die sind in sämtlicher Plastik enthalten. Und man kann sagen, na gut, das Auto toleriert es doch auch. Warum soll ich es nicht tolerieren? Das ist kein guter Vergleich, weil der Mensch natürlich in dem Moment eine Stressbelastung auf immunologischer, auf lymphatischer Seite hat. Die kann er nicht tolerieren. Und die kann er auch nicht tolerieren, wenn er auch das beste Entgiftungssystem hat. Und es macht hier die Dosis des Gifts. Und ich möchte nicht so verstanden werden, dass ich Ihnen allen jetzt irgendwo da auch eine Sorge übermittle. Aber die jungen Leute, bitte seien Sie wachsam. Und ich finde es sehr schön, dass Sie sich mit dieser Frage hier an mich wandten. Und auch junge Menschen sollten sich im Vorfeld, bevor sie 18 sind, und das ist noch ein Jahr Zeit, wirklich, dass man mit ihnen gemeinsam Dinge bespricht, dass man mit ihnen gemeinsam den Wert des Ganzen auch erfragt. Man kann in einer Phase auch sich in irgendeiner Form ein Tattoo aufkleben. Das kann man wieder löschen. Man kann fühlen, wie besonders es ist. Man kann sich doch sicher sowas auch herstellen lassen. Das kann man auch immer wieder abwaschen. Das klingt jetzt vielleicht für den, der es ernst meint, ein bisschen banal. Aber es ist sehr wohl wichtig, dass man nicht eine Phase, die unsere Kinder durchmachen, jetzt zu einer Endgültigkeit treibt, wo sie ein Ventil brauchen, wo sie sich vielleicht auch unverstanden fühlen. Und ich glaube, da haben wir als Reife, als wir als erwachsene Menschen haben da, glaube ich, eine ganz große Vorbildwirkung, beziehungsweise auch die Jugendlichen auch zu schützen. Und es gibt da sehr viele auch negative Beobachtungen, gerade wenn man ein Tattoo wieder durch Laser entfernt, das durch die Zerfallsprodukte Benzol und Blausäure entsteht. Und Blausäure, wissen Sie alle, ist ebenfalls hochtoxisch. Und das sind so Dinge, wo ich sage, es tut mir gut, mich zu den Problemen hier einmal äußern zu dürfen, um vielleicht dem einen oder anderen, der vielleicht in der Entscheidung stand, es zu wollen, der, der in der Entscheidung stand, noch mehr zu wollen. Jemand sagte zu mir, das ist dann wie so eine kleine Sucht. Man will das, man ist da drin in diesem Zyklus. Und vielleicht besteht die Möglichkeit, sich dadurch etwas mehr im Vorfeld zu informieren. Und vielleicht ist auch einfach zu lassen und zu sehen, dass es weitaus klüger ist und weitaus hochwertiger einzuschätzen ist, als dieser Moment, der ein Bleibender wird. In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich und wünsche Ihnen allen eine ganz, ganz gute Zeit, eine gute Woche und wann immer Sie Fragen haben, dann senden Sie doch bitte an visite.qs24.tv. Ich freue mich drauf und vor allen Dingen auch auf das nächste Wiedersehen mit Ihnen. Alles Gute.